Western Union Filiale 1633 Sieht so aus. Was ist das denn für eine Kasperin, sehr unglaublich. Das Auto, das du zu Coombs verholt hast, wurde enttäuscht, Frau Archer. Es wird kein Geld geben. Ich habe mir alles die richtige Papier, als ich es verholt habe, Buster. Wir haben... Eigentlich nicht, ne? Ich guck mal kurz rein. Fahrzeugscheine, was steht da da? Ah, da zeigen sie mir gar nichts zu an, okay. Notiz von Ray Pinker, naja, das... Ne, wir haben nicht wirklich was. Achso, die falsche Adresse wäre natürlich ein Anhaltspunkt, was wir jetzt auf jeden Fall schon mal ansprechen könnten. Ansonsten... Gene Arches Fahrzeugbrief. Hm. Schwierig. Kann ich die mir dann nochmal anschauen? Da steht doch die falsche Adresse drauf, ne? Oh, das wollte ich nicht. Mach mal weg hier. Okay, äh, ich habe schon wieder vergessen, was sie eigentlich gesagt hat. Ich mach mal auf Anzweifeln, weil ich jetzt grad nicht mehr weiß, was sie gesagt hat und damit auch schlecht irgendeinen Beweis für eine Lüge machen kann. Gene, du hast die ganze Operation öffnet, weil du dumm genug warst, um eine von den Fahrzeugen zu verkaufen. Was denkst du, dass sie dir zu tun werden? Gib mir was. Ich war nur, was sie tun. Sie bezahlen mir 50 Dollar, um das Fahrzeug zu fahren. Ich habe zwei Gründe, um es zu verkaufen. Du hast null gemacht. Und wenn sie dich holen, dann bist du tot. Ist das alles, was dein Leben kostet? Schau, eine Frau braucht Dinge. Ich sehe nicht, dass du mich vor mir schaust. Wie lange haben Sie mit Belasco Auto verabschiedet? Wer ist James Belasco? Äh, das war ein bisschen dumm, du hast grad seinen Vornamen genannt. Äh, ja, dann anzweifeln. Ich habe jetzt auch wieder keinen Beweis, dass es eine Lüge ist, aber anzweifeln auf jeden Fall. Er ist dein Freund. Er ist der Typ, den du mit Fahrzeugen buchst. Er hat dich abgeben. Er denkt, dass du so dumm bist, dass du eine freie Sample stehst. Also, ich bin kein Genie. Ich mache das Beste mit dem, was ich habe. Warum bist du so krass? Weil du dumm bist. Ist das falsch? Okay. Sie hat auf jeden Fall gelogen, weil sie seinen Nachnamen schon kannte, obwohl ich ihn gar nicht genannt habe. Was war denn das für ein Scheiß? Wie gesagt, manchmal verstehe ich die Spiellogik einfach nicht. Das ist mir echt manchmal zu hoch. Ich weiß manchmal einfach nicht, was die von mir wollen. Und ich weiß nicht, dass ich eine wirkliche Kasse habe. Gut, aber bevor wir bei der Alpen vorbeischauen, bei der Napfsülze... Ach doch, die ist doch gleich um die Ecke, ne? Dann können wir das eigentlich auch gleich machen. Wenn es da irgendwas gibt... Ne, gibt's gar nicht. Okay, dann machen wir direkt zur Druckerei. Marquis, Druckerei, Büro und Vertrieb. Auf geht's. Das muss so sein. Ja, das war eine seltsame Tussi. Wir haben doch noch nicht einmal Coles Frau gesehen, ne? Oh, sag mal! Ich will mich mal auf die Gespräche konzentrieren unten. Lasst mich doch mal hier durch. Ich weiß nicht. Blondes, ich glaube. Du nimmst alles, was zuckt! Genau! Ich will die Linie wieder. Du weißt, ich muss das in Bargo bald auf dem Interesse der Flügel zu halten. Ein Mann mit hohen Standards. Die Standards sind nur so hoch als das letzte Glas von Whisper. So, also ich muss sagen, wie viel weiblichen Reiz hatte die doch jetzt nicht gehabt, ne? Also, wer findet sowas denn schön? Egal. Marquis, Druckerei. 16.35 Uhr. Mensch, das geht ja alles zack, zack hintereinander hier. Wir verlieren nix an Zeit. So, direkt mal rein in die Hüte. Und dann konfrontieren wir den Kollegen mal. Ja, was kann ich machen für Sie, gentlemen? Ich bin ein Traffic Detektor von Central Division. Wer ist hier? Ich bin, Gordon Lightfall. Was ist das denn? Wir verstehen, dass Ihr Unternehmen vertreinten Autos von Kalifornien. Ja, ich habe die Regierung zu vertreinten. Ich habe es seit ein paar Jahren. Haben Sie keine Gäste oder Geräte vertreten? Wir sind gegen die Autos vertreten, mit sehr legittimaten Papier. Nicht nur noch nie. Ich habe es vorgelegt. Habe Sie vertreten? Es gibt keine Gäste von talented Artists in dieser Stadt. Wir halten es in mir. Gut, wir schauen uns erst mal ein bisschen um, würde ich vorschlagen, ne? Wobei ich hier wahrscheinlich... Ja, Bekowski, mach dir nicht die Mühe, irgendwie mitzuarbeiten. Brauch erst mal eine Fluppe, genau. Ne, ich weiß nicht, ob wir hier wirklich was finden werden. Hier erst mal nicht, aber die Tür hier können wir ja öffnen. Schauen wir uns mal kurz ein bisschen um. Na gut, hier geht es auch nicht weiter. Hat das ein Grund, dass die Tür klinken verschiedenfarbig sind? Ne. So, gibt es hier noch irgendeinen Raum, in den wir gehen können? Ne, da hinten geht es auch nicht weiter. Wir haben einige Fragen für Sie, Herr Lightfall. Gut, fragen wir einfach mal los. Herr Lightfall, wir arbeiten gerade zwei Autotheft-Käste. Weißt du, was du denkst über einen Autotheft-Ring? Wahrscheinlich nicht. Warum würde ich mit einer Sache so zusammengezogen werden? Irgendwie hat er dort seltsam reingeschaut, ich zweifle es mal an. Wir haben Suspekte mit legitimen rohen Schlips, die hier hier geprintet wurden, Lightfall. Du solltest mir etwas geben, bevor ich das ganze Büro hier herbringe. Du bist nicht hysterisch, Detective. As a matter of fact, wir hatten ein ähnliches Problem vor ein paar Jahren. Ein number of used carlots, um blank Dokumente zu einer Kriminalorganisation zu verkaufen. Das war doch immerhin schon mal was. Warum rückst du denn nicht gleich damit raus? Haben die Namen Cliff Harrison und James Belasco nichts an dir? Nein, sie haben nicht. Was? Das glaube ich ihm. Du bist sicher, dass du keine Ahnung von ihnen kennst? Ich habe nie von einer Ahnung gehört. Okay, das war falsch. Na gut, bei den Belasco vielleicht. Aber den anderen kann er eigentlich nicht kennen, weil da noch eine Adresse dazwischen war. Äh, naja, was weiß. Ist mir scheißegal. So, na zumindest das hat gepasst, hätten wir also alles anzweifeln müssen. So, so. So, zeig mal, was hast du denn da? Oh Gott, was soll ich denn da jetzt finden? Warum sind manche rot eingefärbt, ist die Frage. Ah, wir können einfach mal so drauf tippen. Keine Ahnung, ach das sind... Ne, das sind doch nicht die, die keine Adressen haben. Hm, seltsam. Hi, Jakob. Wir könnten ihn ja auch einfach fragen, ne? Mal schauen, ob irgendwelche Namen mehrfach vorkommen. Wir gehen, habt ihr gehört? Ich sehe jetzt eigentlich gerade nichts, aber ich meine, ich kann mir die jetzt auch schlecht alle merken, ne? Boah, dieser Fernseher im Hintergrund ist nervig. Hier, dieser Bigelow, der kommt gleich zweimal vor. So, da haben wir doch schon einen gefunden. Entschuldigung, dass du dich interessieren, Herr. Wir lassen dir wissen, ob es irgendwelche Entwicklungen gibt. Gut, das war's jetzt schon. Na gut, wenn ihr meint. Komm, wir nehmen mal den hier. Beschlagnahmt! Auf zur Adresse des großes Lasterhaus, äh, Lagerhaus im Industriegebiet. Ist das jetzt die Adresse von Mr. Bigelow, oder was ist das für eine Adresse? Das habe ich jetzt gerade nicht ganz mitgeschnitten. Naja, wir werden's sehen. Oh Gott, sind wir schwerfällig. Hohoho. So, dieser Autofahrer, ich kann ja gar nicht nach hinten zeigen, hier, aber dieser rote Fahrer gerade hier, er sollt er nach links abbiegen und dann mitten auf der Kreuzung stehen. Klingt auf einmal nach rechts. Fahr weiter. Ja, wenn du mir mitten im Weg stehen bleibst, dann muss ich hier nicht reinfahren. Da kann ich auch nix für. Die Kiste kannst du nicht mehr abbremsen. Die ist viel zu schwer. Ist doch nicht meine Schuld, Mensch. Ach, naja. Ich weiß, es ist jetzt auch nicht das beste Auto. Ich könnte mir natürlich ein anderes nehmen, aber hey, was soll's. Gut. Es ist jetzt unglaublich schwer, den Weg zu folgen gerade. Oh, ja. Entschuldigung. Wollte noch überholen. Ich mach mich schon wieder auf meine Spur zurück. Keine Sorge. Ich werde niemand weiteren rammen hier. Versprochen. Ja, vielleicht nicht unbedingt versprochen, aber ich versuch's. Ich versuche niemanden weiteren zu rammen. Versprochen. So, vielleicht besser. So, wie weit ist denn das noch, Mensch? Werde ich ja einmal quer durch die Stadt geschickt? Mal kurz schauen. Ja, jetzt bin ich gleich da. Immer dann, wenn ich ungeduldig werde und schauen will, dann bin ich da. So, machen wir gleich mal hier rechts rum. Oh Gott, ist die Kiste schwerfällig. So. Noch zwei Querstraßen, dann haben wir's geschafft. Ich würd sagen, bei der nächsten Fahrt wechseln wir dann mal wieder das Auto. Das muss man doch nicht öfter haben hier. So geil ist das dann auch nicht. So, 16.40 Uhr. Da zieht er gleich die Waffe hier. Ich dachte, deine Mariener waren Gung Ho, Cole. Du hast eine 45, nicht wahr? Ich nehme sie zurück. Gib mir ein paar Sekunden, um da zu kommen. Okay, wenn du meinst. Warum hast du eigentlich eine goldene Waffe? Für Kowski. Seltsamer Kerl. Ist unglaublich schießwütig. Aber es soll mir recht sein. Cole Phelps, LAPD. Alle von euch kommen mit mir. Es ist wichtig, dass du dich mit Vornamen, äh, mit Damen meldest. Mit vollem Namen. Gut, das war der Erste. Ich glaub, die anderen erwisch ich nicht von hier aus. So, oh Gott, was ist denn hier drin los? Alter. Willst du mich den verarschen? Lass erstmal den holen da. So, da haben wir einen. Hier vorne sitzt auch noch einer. Den wir eigentlich haben. Geht doch. Geht doch. So, ich glaub, Cole ist Arm und Schulter. Und danach zieh mich im Arsch. Die wollen auch gar nicht mehr vorschauen gerade. Gehen wir mal hier hin, genau. Das ist vielleicht ein bisschen besser. Da seh ich ein bisschen mehr. So, zumindest angeschossen haben wir ihn schon mal. Verzeih dich. Und das juckt ihn überhaupt nicht. Sag mal. Was fällt denn der aus? Was ist denn das für ein Typ? So Ja, ich kann gerade nicht gut Cover geben Tut mir leid Okay, den haben wir auch Wo ist der letzte? Irgendwo da hinten Hä, wo ist denn der? Ist der in dem Dienst drin? Ah ja Irgendwie zeigt der Radar nicht die richtige Stelle an, oder? So Oh, warte mal, ich komme gleich Oh Und schon ist einer oben So, hier drüben oder wo? Hallo Im Ding ist drin wahrscheinlich Okay, dann gehen wir einfach mal die Treppe hoch Ich dachte nur, weil die hier schon wieder am Rumballern waren Oh Ist ja gut Überraschung Aha, okay Okay Okay, okay Nicht schreien Schau deine Hand auf Schau ihn an, Bukowski Er bewegt sich nicht, bis ich diesen Ort verholt habe So, dann schauen wir uns erst mal kurz ein bisschen um Was haben wir denn da? Eine neue Fälschung Marquis-Druckerei Lieferung an Steven Bigelow Name des Überbringers Gordon Lightwell Lightwell hat man das nicht schon? Irgendwie Ach, ich vergesse die Namen immer, die irgendwo mit vorkommen Marquis-Printing-Komponente He, es gibt nichts wie direkt zu der Grund Gut, okay Dann schauen wir uns noch das hier an Was ist das denn? Santa Anita Park 150 Dollar Cash für Platz 1 zu 1 3 Lightwell verloren Ein Betriebsflug Sieht so, dass Mr. Lightwell auf einem Verlustreak war Oh, der Arme Na, da hat er ein bisschen Geld gebraucht und hat deswegen hier seine Deals abgezogen So, was haben wir denn hier noch? Ah, ein paar Blanco-Fahrzeugbriefe Na, sowas aber auch Es gibt genug Schlips hier, um sie zu stehlen bis zum Weihnachten zu stehlen Wir haben einen Weg mit pink Schlips und stehlen Fahrzeugen das führt direkt zu deinem Tür, Bigelow Du bist hier auf deinem Kopf Aber ich glaube nicht, du bist der Mann in charge Mach es leichter an dir Gib ihn auf Ich arbeite an Fahrzeugen für Kunden Du schaffst in hier und schießt den Ort, wie es die Ballade der Bulge Ich kann dir nichts geben Schauen wir mal, ob du mir gar nichts geben könntest Wir wissen über Marquis-Printing Du kannst es dir selbst einfacher machen indem du uns deinen Mann auf der Mitte Ich verpasse manchmal Fahrzeuge und bringe sie zurück auf der Straße Ich brauche einen Pingslip, um sie zu verkaufen Es ist kein Problem Ganz bestimmt ist das nicht alles Es gibt zumindest vier taten Männer in diesem Verlustreak Ein paar mehr Punks werden nicht für so viel extra Papier Wir würden das legalische System ein favorit machen Okay, okay, tough guy Ich bekomme die Message Lightfall Ein Typ, der macht Marquis Er ist der große Schuss Er mag, dass er größer auf der Straße Er gewinnt, Leute Okay, ach, der war Lightfall Okay, alles klar Lightfall Der Typ, der mit kein Glück auf der Straße Sag mir über ihn Er ist einer der Leute, die da liegen Du hast recht Es ist kein Glück Äh, nein Wenn Wir waren noch vorhin War das nicht der Mr. Lightfall Der, bei dem wir waren Haben wir irgendeinen Beweis Wer Lightfall ist Ich habe keine Ahnung Äh, Spielschulden Kiste mit Fahrzeugschein Lieferschein Nicht wirklich, oder? Was war das hier? Ich weiß halt nicht, ob der, bei dem wir vorhin waren Ob das der Besitzer war Ach, Mensch, ich will doch gar nicht Ich will doch bloß zurück Ich will doch nicht ins Menü Ich mach mal anzweifeln Weil ich jetzt gerade nicht weiß Was ich hier als Beweis hinlegen soll Ja, okay, das war dann nicht richtig Ach, toll Spiellogik Ich liebe dich total Ich weiß, dass er lügt Und trotzdem Kurz mehr ist Fehler angekreidet Es ist bescheuert Ich nehme an Damit werde ich wohl Bis zum Ende dieses Spiels leben müssen Dass ich immer mal wieder solche Momente habe In denen ich mich nur drüber aufregen kann Über die Logik So, ich glaube, wir nehmen mal das Auto hier Ich versuch's So, wir brauchen auf jeden Fall mal ein Ziel Gonna take some cleaning up, that's for sure I wish it hadn't gone that way Well, they shouldn't bring guns to work with them We didn't have a lot of choice You have to admire the barefaced cheek of someone Who tries to blow your brains out one minute And pleads innocent for the next Yeah, especially when he's surrounded by evidence But guys like Bigelow spend so much time convincing themselves That they're not doing anything wrong That they actually start to believe their own bullshit They get sloppy Bigelow, Lightball, all of them If they hadn't, then who knows how long they could have kept this racket Complacent or Grief It's always one of the two, that brings them down So, das ist aber tatsächlich so Man hat's ja auch schon öfter erlebt Bei irgendwelchen Skandalen Die in der Politwelt dann die Runde machen Dass tatsächlich die Leute anfangen zu glauben Was sie sich so für Geschichten ausdenken Und das dann vehement beteuern wollen Aber das ist noch die eine Seite Noch krasser sind natürlich die, die ganz kackend reist Immer durchziehen, was sie an Lügen haben Und dann noch nicht mal irgendwie Weiß ich nicht, irgendwelche Skrupel zeigen Wenn sie plötzlich dann sagen Na ja, eigentlich war's ja doch so Na und? Blame me for it Find ich auch immer seltsam Also, bei manchen Leuten, da frage ich mich echt Schämt man sich denn, wenn nicht Warum bleibst du denn stehen? Fahr doch einfach durch, Alter Äh, also bei manchen Leuten frage ich mich immer Wie kommt man denn mit sich selber klar Wenn man so prinzipienlos lebt Das ist, verstehe ich nicht Da hat man doch auch keinen ruhigen Schlaf mehr dann, oder? Es sei denn natürlich, man gibt einen Fick drauf Was dieses anderen Leuten geht Gibt's natürlich auch solche Leute Naja, was weiß Auf zurück zur Druckerei Es ist schön, dass wirklich kein Fall vergeht Indem ich mich nicht mal über die Logik des Spiels aufrege Aber es gibt auch immer wieder irgendwelche Fälle In denen, weiß ich nicht In denen irgendwelche abgefuckten Sachen passieren In denen irgendwas nicht passt Oh, hab ich fast einen überfahren noch 1649 Wir sind echt schnell beim Ermitteln, hab ich das Gefühl Ich glaub, das ging jetzt alles innerhalb von einer Stunde oder so Dass wir hier Die ganze Sache aufgeklärt haben So, mein Freund Du bist unter Verabschied Du wieder? Diese Verabschiedung beginnt, zu schmerzen So, das ist doch bescheuert gewesen vorhin Ich mein Er ist es halt doch Er ist der Besitzer Aber Warum muss ich denn irgendeinen Beweis vorlegen Um zu sagen Das ist eine Lüge Ich hab ihn noch schon gesehen Ich weiß doch, wie er aussieht Und ich weiß, dass er hier ist Das ist so blöd Ach, naja, was soll's Haben wir irgendwelche Beweise gefunden? Ach, ich kann's euch nicht sagen Zeig ich mal an Kiste mit Fahrzeugscheinen Ja, die Kiste mit Fahrzeugscheinen wahrscheinlich, oder? Wenn die alle schon unterschrieben sind Dann haben wir doch schon Einen Knackpunkt hier Ich mein, die Wettscheine wird's doch nicht sein Okay, dann Aha, wieder Escape gedrückt Dann probieren wir das doch mal Lüge So, probieren wir's doch mal Mit der Kiste mit Fahrzeugscheinen Das wird's doch wohl sein, nehm ich an, oder? Was du hier machst, ist slanderer, Detective Then you'll be hearing from my lawyer about it What? Gordon Lightvall, I'm charging you with conspiracy and fraud Hands behind your back What? Versteh ich nicht Sorry, versteh ich nicht Ich versteh nicht, was das Spiel von mir will Now, where shall I start? With the two GTA Suspects we had to let walk free Or with the female Suspect Who I am reliably told Slip the leash with embarrassing ease You just lost the chance To crack one of the biggest criminal operations in this city How do you think that makes me look? The chief has my balls and a frying pan What wollt ihr von mir? Now get out there And fill some charge sheets Misdemeanors if you have to Get me something Before I even think about giving you another case Was zur Hölle wollt ihr von mir? Ach, fick dich doch Mal ehrlich, was, was wollt ihr? Ich versteh es nicht Ich versteh nicht, was ihr von mir wollt Was war denn das für ein Schwachsinn? Ah, dieses Spiel Ah, ja, 16 von 18 Hinweisen gefunden Ah, 10 von 18 richtig Ich, es, nee, es, nee, nee Das ist bescheuert Bigelow war zwar ein Ganova Aber er hätte Leidwoller hingehängt Was? Hingehängt? Wenn man ihn dazu ermutigt hätte What? Ich versteh nicht mal eure Aussagen Könnt ihr euch nicht ein bisschen Vernünftiger erklären? Ach, ist mir egal Wisst ihr, ihr könnt mich mal Es passt schon so Also das war echt ein dummer Fall Sorry, das war echt ein dummer Fall My family runs a shipping business in San Francisco We used to have two ships a week to Tokyo We've been in shipping for two generations, Hank I've never been on a voyage anywhere I feel like Odysseus in the beginning of his journey The Odyssey took 10 years, Cole This is the American century America can rule the world after we win this war We need to stay alive, Cole These men are counting on us If you're with the veterans they're saying to each other No Golden Gate and 48 That's four more hard years of fighting Also hat, äh, der Kollege das jetzt auch mit zu den Offizieren geschafft Naja, wer weiß Das gefallene Idol How about you? Okay, wunderbar. Na gut, ein neuer Fall für uns. Und... Seid ihr denn fertig? So, okay. Und an der Stelle beende ich dann auch mal die Aufnahme. Also, ich, jetzt habe ich gerade echt Wut im Bauch wegen diesem dummen Fall, dieser blöden, diesem seltsamen Verlauf. Also, sorry, aber das war echt an so vielen Stellen einfach nur bescheuert geregelt. Ach, der ganze Fall war einfach nur dumm, sorry. Der ganze Fall war einfach nur dämlich. So, ich hoffe mal, dass der hier ein bisschen besser wird. Ja, schön. Klippen sie gleich die Kamera um. Mal schauen, ob der jetzt besser wird. Und ich hoffe mal, dass wir dann irgendwann bald zum Morddezernat kommen. Denn ich will auch Bekauski irgendwie nicht mehr an meiner Seite haben. Ob der nächste Kollege dann besser wird, weiß ich auch nicht. Werden wir sehen. Gut, auf jeden Fall sehen wir uns dann in der nächsten Aufnahmesession wieder. Vielleicht läuft... Wake up, call. Halt die Klappe. Vielleicht läuft er dann mal wieder ein bisschen besser. Das war jetzt wirklich gerade nicht das Gelbe vom Ei. Ich weiß halt nicht, ob ich mich scheiße anstelle oder ob das Spiel einfach nur eine seltsame Logik hat, die ich nicht ganz verstehe. Denn ich würde mich jetzt nicht unbedingt als den schlechtesten Kombinierer ansehen, ehrlich gesagt. Ich habe schon andere... Ich habe schon viele Adventures gespielt und habe eigentlich noch nie Probleme damit gehabt, Rätsel zu lösen. Aber in dem Spiel... Ich komme irgendwie einfach nicht mit dem Denken klar, dass das Spiel an den Tag liegt. Weiß auch nicht. Ist ganz, ganz merkwürdig. Naja, egal. Wir sehen uns, wie gesagt, beim nächsten Mal wieder. Und dann schauen wir mal, ob es ein bisschen besserer wird. Bis dahin. Macht's gut. Wir sehen uns. Und tschüss. Tschüss.